Der Tod eines Menschen kommt oft überraschend, meist viel zu früh. In dieser schweren Zeit sorgen mein Team und ich dafür, dass sie ausreichend Zeit für die Trauer haben und entlasten sie, indem wir uns um die Trauerfeier und Überführung ihrer Verstorbenen kümmern und die Beerdigung durchführen. Neben Erd-, See- und Feuerbestattungen sind wir für Diamantbestattungen ihr Ansprechpartner, ebenso wie für Friedwaldbestattungen. Der Tod kennt keine Öffnungszeiten, deshalb sind wir Tag und Nacht für Sie erreichbar, auch an Sonn- und Feiertagen.